So, willkommen auf Ebene 30, der Endboss, der Story im Prinzip, also, ja, was heißt Story halt, der Endboss. Danach muss man eine Quest machen, dann kann man von 30 auf 50 Level. Der kann nicht viel, aber wir sehen halt, dass das so ein Titan-Verschnitt ist. Im Prinzip ist das gleiche wie Titan, nur halt in Donner-Transformation, das heißt, bei dem Heap gerade ausweichen. Der macht im Prinzip Blitzschlag, wie gesagt, das ist halt einfach dieses Ausweichen. Wirst du getroffen, kriegst du Schaden. Wolkenroof ist eine ganz lustige Mechanik. Wir sehen die Wolken und unter dem Wolken sahen wir gerade so ein Symbol. Wir stellen uns einfach unter einer Wolke und dann hebt der Onkel schmalfuß sein Bein und dann ditscht er uns unter die Wolke. Das war auch schon die Mechanik. Wir müssen die Wolke öffnen und dann die Wolke platt machen. Und dann ist er im Prinzip safe halt. Unser Malchinist hat leider Damage gefressen, weil er ausweichen musste. Ansonsten hat der Boss keine Mechanik mehr drauf, bis es auch noch eine. Aber sie hat ja auch Titan drauf. Er macht gleich über die Hälfte des Spielfelds einen Cleave. Allerdings, danach kann der auch nicht wirklich weiter viel. Das war es halt an der Mechanik. Danach kann man halt eine Quest machen, dann kann man von Stufe 30 auf 50. Das ist der Cleave, wovon ich gerade sprach. Ich lese, da steht ja immer Superzelle. Ich lese da immer Spermazelle, aber ist okay. Jetzt kommt wieder das mit dem Wolkenroof. Da stellen wir uns wieder unter Wolke. Links unten nehmen wir jetzt mal ein Redmatch. Und dann werden wir hochgeschubst und dann machen wir Wolke kaputt. Wie gesagt, das war es mit der Mechanik. Da gibt es halt nichts weiteres. Das war es mit der fallait sind. Das war's. Das war's.